Von außen mag man auf den ersten Blick meinen, dass es sich hierbei um eine ganz normale Powerbank handelt. Doch im Herzen der schwarzen Kastens befindet sich zudem eine versteckte Kamera, die hochauflösende Aufnahmen macht und damit willkommen zum Spionage-Powerbank-Kamera-Video. In fast jedem modernen Haushalt ist auch eine Powerbank zu finden, da die Akkus der Smartphones meist nicht ausreichend groß sind. Viele mobile Akkus bieten auch eine Ladeanzeige. In dieser Anzeige unseres Spionage-Gerätes versteckt sich eine hochauflösende Full-HD-Kamera. Diese erstellt sowohl bei Tag als auch in dunklen Nacht klare Aufnahmen. Zudem wurde ein Fernmikrofon verbaut, welches qualitativ sehr gute Tonaufzeichnungen erstellt. Man hört durch dieses Mikro auch Geräusche, die etwas weiter entfernt von der Kamera sind. Die Tonaufnahmen werden immer kombiniert mit Bildaufzeichnungen. Einzelne Tonaufnahmen sind nicht möglich, da es ja hauptsächlich ums Bild geht. Mit der Loop-Funktion, einer dauerhaften Stromversorgung und einer bis zu 128 GB großen Speicherkarte können wir nahezu unendlich aufnehmen. Sollte der Speicher der Karte aber einmal voll sein, so wird die älteste Aufnahme automatisch überschrieben. Somit ist die Kamera bestens geeignet, wenn ihr über einen längeren Zeitraum aufzeichnen wollt und sie wird keinen wichtigen Moment verpassen. Die Kamera profitiert davon, dass es ein mobiler Akku ist, denn der 5000 mAh große Akku reicht für eine enorm lange Betriebszeit. Ihr kommt an 8 Stunden reine Aufnahmezeit. Vorne befinden sich zwei USB-Anschlüsse, welche ebenfalls auch zwei Geräte gleichzeitig laden können. In der Mitte befindet sich der Micro-USB-Anschluss, um das Gerät aufzuladen. Mit der vollgeladenen Powerbank könnt ihr das neue iPhone 1,5 Mal und das neue iPad einmal aufladen. In der App könnt ihr von überall aus auf der Welt das Live-Bild mitverfolgen, aber auch vergangene Aufnahmen ansehen und wisst so jederzeit, was zu Hause abgeht. Auch bei Nacht freut ihr euch keine Sorgen zu machen, denn es wurde eine spezielle Night Vision Kamera verbaut, mit der ihr auch bei völliger Dunkelheit bis zu 6 Meter weit sehen könnt. Über die App lässt sich das Bild vollständig auf die gewünschten Einstellungen anpassen. Beispielsweise lässt sich dort zwischen Tag- und Nachtmodus manuell wechseln, die Belichtung ändern oder auch das Bild horizontal oder vertikal spiegeln. Außerdem gibt es die Zwei-Wege-Kommunikationsmöglichkeit, was bedeutet, dass ihr den Ton, den die Kamera aufnimmt, über euer Handy hören, ihr aber auch gleichzeitig in das Mikrofon eures Handys sprechen könnt und dann über die Powerbank-Kamera ausgegeben wird. Eine sehr spannende Funktion ist der Alarmmodus. Dort bekommt ihr eine Nachricht aufs Handy, sobald sich jemand im Raum bewegt hat. Die Empfindlichkeit der Sensors könnt ihr ebenfalls in den Einstellungen anpassen. Vergangene Aufnahmen lassen sich direkt auf eurem Smartphone abspeichern. Des Weiteren befinden sich aber auch alle aufgezeichneten Momente auf der vorher eingesetzten Speicherkarte. Die könnt ihr dann ganz praktisch in den PC schieben und dort sofort alle Aufnahmen auslesen. Passende Speicherkarten findet ihr ebenfalls in unserem Shop, also schaut dort einfach mal vorbei. Die Kamera ist also ideal als Alltagsgegenstand getan. Sie liefert hochauflösende Bild- und Tonaufnahmen bei Tag und auch bei Nacht und sie bietet jederzeit Live-Aufnahmen über die App. Und diese ganzen tollen Funktionen machen die Powerbank-Kamera zum Nummer 1 Spionagegerät. Und jetzt haben wir dann wieder ein paar Stunden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017